Drillingsmama Anna Maria Fatschichi hat ihren 40. Geburtstag gefeiert. Ihr Ehemann, Rapper Bushido, gratuliert mit liebevollen Worten, ereignisreiche Tage für Anna Maria Fatschichi, die Ehefrau von Bushido, 43, hat vor wenigen Tagen Drillinge zur Welt gebracht und am 13. November hatte sie auch noch ihren 40. Geburtstag. Der Rapper erklärte in einer Instagram-Story, wie sehr er seine Frau liebt, heute ist dein Geburtstag, mein Schatz, schreibt Bushido. Eigentlich würden ja immer die Geburtstagskinder beschenkt, stattdessen habe sie ihm aber drei wundervolle Mädchen in die Arme gelegt. Der 43-Jährige bedankte sich nicht nur bei seiner Liebsten, sondern versicherte ihr auch, dass sie davon ausgehen könne, dass unsere Kinder die tollste Mama der Welt haben, Bushido, in guten wie in schlechten Zeiten, er liebe sie von ganzem Herzen und er bewundere seine Frau, schreibt Bushido weiter. Seine Story beschließt der Rapper mit den Worten, in guten, wie in schlechten Zeiten, bin ich für dich da. In ihren eigenen Storys antwortete Anna-Maria Fertschichi mit einem Versprochen und setzte daneben ein Unendlichkeitszeichen, den Drillingen geht es gut, am 11. November hatte Bushido bei Instagram bestätigt, heute war es endlich soweit. Um 12.33, 12.34 und 12.35 hat meine Frau unsere drei Töchter auf die Welt gebracht. Zudem erklärte der Rapper, dass er einfach überwältigt sei. Ich fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist. Zudem verriet er, dass seine Töchter die Namen Leonora, Naima und Amaya tragen. Unsere Mädchen sind so putzig, es ist unglaublich, sie in Anna-Marias Armen zu sehen. Erklärte Bushido später im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Er berichtete, dass es den Drillingen gut gehe. Amaya, die kleinste des Trios, müsse jedoch derzeit noch im Wärmebettchen liegen. Anna-Maria Fertschichi erzählte, dass sie erschöpft, aber unendlich glücklich sei. Mit den Drilling-Stöchtern ist Anna-Maria Fertschichi nun Mutter von acht Kindern. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hat bereits vier gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Die Schwester von Sarah Connor, 41, brachte zudem einen Sohn mit in die Ehe. Sie hat schon mit zwei Jahren in ihrer Rezept. Sie hat sich die Sonnen brachte, die eine Lieblingsmodelle專ür tragen. Sie hat sich die svenele Sie haben, dass sie die S Dispテitionen bevüh substeht. Sie hat sich die Sünder. Vielen Dank.